Hallo Freunde und herzlich willkommen zur neuen Folge von Minecraft und heute gibt es mal Skywars. Wir spawnen hier direkt auf dieser Insel. Was soll man hier irgendwo eine Truhe haben? Jawohl. Schwert ist nicht schlecht. Was haben wir hier? Noch ein Schwert. Rüstung ist immer gut. Zugang hat eine gute Rüstung schon. Jawohl. Macht mehr Schaden. 6 Angriffsschaden. 6. Ist egal. Sind ja überall gleich Gegner? Ich glaube schon. Weil da sind ja solche gar nicht gelootet. Tatsächlich. Ja, aber hier ist überall dasselbe irgendwie drin. Ich würde sagen, ich muss auch langsam mal in die Mitte. Aber ich habe gerade gesehen, auf meiner Map müsste auch noch ein Dia-Block sein. Und die Truhe habe ich hier gar nicht gesehen. Hey, Bogen ist gut. Bogen ist perfekt. Essen ist auch nicht schlecht. Wollen wir ein Dia hier noch. Machen wir ein Dia-Schwert. Gehen wir jetzt auch mal in die Mitte. Ist er hier untergefallen eigentlich oder hat er es geschafft? Ah, er hat es geschafft, natürlich. Wir haben noch drei Spiele. Jawohl, der ist down. Oh, ich bin auch tot. Hi, 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 hi. Ha, 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 ha. Ho, ho. Okay, machen wir gleich eine andere Runde. Es war echt geil. Geil. Ich habe mir vorhin einen Kill gemacht. Zweiter geworden. Ohne was zu tun. Ist auch nicht schlecht. So, zweite Runde startet. Ich gehe gleich hier runter. Hole mir die Truhen. Ich fahre mal hier runter nochmal. Ob hier noch was ist. Jawohl. Super Rüstung. Sehr gut. Kann ich nicht abbauen. Schade. Gut, dann geht es in die Mitte. Zum Schnetzel. Da ist einer. Jawohl, den haben wir. Nein. Okay, die Pfeil ist am nächsten Tag geblieben. Nein. Was, ich bin instant tot? Mit zwei Hits. Das gibt es ja gar nicht. Okay, machen wir noch eine Runde. Ich bin mal in einer Runde Insane Sky Wars. Ich weiß nicht, was der Insane Mode jetzt hier bedeutet. Das irgendwas auszusagen hat, aber ich bin mal jetzt Insane Sky Wars. Ah, ich glaube, ich weiß, was Insane heißt. Ja, ich glaube, ich habe entdeckt, was Insane heißt. So, Equip Zimmer. Ja, ich habe einen Kill. Jetzt gehe ich da hinten und kill den nächsten direkt. Ja. Geil, Digga. Geil. Es läuft. Es läuft. Ich verlebe ihn noch. Nur noch drei Spieler. Insane Sky Wars ist auch viel geiler. Boah, das ist ein Tier los. Er hat auch eine Verbrennung auf sein Schwert. Ist das ein F für einer? Okay, ich spiele aber noch eine Runde. War besser als in den anderen Runden, finde ich. Ist das hier Feuerassistenz? Ist auch nicht schlecht, würde ich sagen. Geh mal hier nach unten zur letzten Drohre. Oder doch nicht die letzte Drohre. Alter, ich habe hier voll Tier aufpasst. Ach, man kriegt hier direkt das Eisen raus. Ist das, wenn mir einer vorhin schon mal gesagt hätte. Flieg doch und Sieg. Ach, du Wichser. Wow, er hat einen Bogen. What? Er hat richtig alles eigentlich. Wow, so weit gespielt. Echt. Oh, nein. Ja. Der, ich und noch einer. Ich habe aber nichts irgendwie. So steht oben eine Lur. Was soll das denn? Ja! Es fehlt nur noch einer. Hat einen Ehr da oben. Was macht der denn? Er hat aber jetzt hier extra kämpft und auf den Chess-Riffle wartet. Ach komm, Digga. Wie spielt er denn? Scheiße. Ich bin so gut, Alter. Fickt euch alle. Er ist der Killer und Winner, Digga. So muss es sein. Ja, und dann würde ich auch sagen, war es das von neuer in Folge? Ja, ging schnell. War eine kurze Folge, aber ich würde sagen, war eine erfolgreiche Folge. Dann würde ich sagen, haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Golle. Seid, wo die macht's? Ciao und gut.